Hätte einer auch fast mehr Verstand, als wir die drei ausweisen aus Morgenland und ließe sich dünken, er wäre wohl nie dem Sternlein nachgereist wie sie. Denn auch wenn nun das Weihnachtsfest sein Lichtlein wonniglich scheinen lässt, fällt auch auf sein verständiges Gesicht, er mag es merken oder nicht, einfach in ihr Strahl des Wunderstirns von da zu malen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017